So, herzlich willkommen! Zurück zu Let's Play World of Warcraft und wie wir sehen können, sind wir in einer neuen Instanz und zwar sind wir diesmal im Flammschlund unterwegs. Der Flammschlund beinhaltet vier Bosse und, ähm, ihn so wie es hier fehlt uns, glaube ich, es geht uns im Tank und zwar an einem Flammschlund zu erreichen als Allianz Spieler, so ohne mit diesen Dungeon Browser ist etwas kompliziert und zwar müssen wir dazu nämlich nach Ogrima reisen in die Hauptstadt der Orks und ähm ja das ist sicher ein der ist zwar schon ein paar Mal reingerast durch Ogrima, aber das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, ohne Reiten uns halt durchzukommen, um, dass man verkackt wird aber sonst ist es wirklich dann was wir rausfinden ok wie ich will, aber immer weiterkommen mit dem Level so gut voran, dass wir wahrscheinlich das ganze Mal nicht schaffen, heute auch ein Level-Gebiet, äh, anzunehmen, weil wir haben jetzt schon wieder zwei Instanzen, die wir betreten können ähm, für die ich mich auch erstmal hintereinander weg jetzt anmelden werde äh, das heißt hintereinander weg im Morgen oder so also die werde ich erstmal haben, bevor wir in ein ähm, bevor wir uns wieder in ein neues Quest-Gebiet stürzen und zwar haben wir jetzt noch zur Auswahl die Höhen der Wegler die wir jetzt schon noch haben und Shadowfang ist auch eine restaurierte Instanz, also die haben sie noch neu aufgemotzt ist eigentlich ganz nett gemacht also mir gefällt Shadowfang sehr gut zu tun und ja, das uns dort erwartet wenn wir ja sowieso konzieren immer den nächsten Shadowfang ist bereit ich kann das nicht so sicher ich bin zufrieden ne, ich könnte ich zäugern, könnte ich den hinten drauf ich bin außer Reichweite heutzutage braucht man nicht mal mehr All-A-Reichweite ok, wir haben also zwei Undercover-Order-Spieler hier drin, also also dreißig, oder? ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden ja, aber egal wir fangen wohl an, die zieht es mich immer wieder zurück zur Allianz Alter, das ist hier nicht glücklich doch das entspannt ist ja nicht ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden und ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden auf einem Level kein ziel so und er hinterlasst einen B-Shake-Koll-Nut stärker den wir nicht brauchen so so ich muss mich hier raus haben dass ich mich rechten sehe ich bin ein bisschen so ich kann das nicht tun Ich würde hier mal einen Giff geben, aber ich hätte schon wieder verleihen können. Ich brauche eins hier. Ich brauche den Schurken, diese Gifte. Ich brauche zuerst etwas anvisieren. Aber das werde ich mal bis zum nächsten Part auf jeden Fall nachgeben. Ich brauche den Schurken. Ich brauche den Schurken. Wenn ihr seht, ist das hier die offizielle allererste Instanz, die man betreten kann. Auch die einfachste Instanz von allen, die es gibt. Also wenn ihr hier mit dem Schurken kommt, ist man hier mit dem Schurken. Die einfachste Instanz von allen. Der gute alte Flammschmund. Wir lieben ihn. So. 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 und weiter und Aber, ich bin nicht in den anderen Wachstum, ich bin nicht in den Wachstums, ich bin doch nicht da, ich bin nicht da. Ich bin in den anderen Wachstums, weil das dieser Dauer-Dauer-Legion ist. Und deswegen denke ich mal, wenn hier die Wachstums in der Wachstum, dann müssen wir uns jetzt nicht mehr in die Wachstum, denn ich bin nicht nur in der Wachstum. Ich bin auch für sie. So... das ist der die mussten diese holland dort nicht die Ich bin nicht bereit. Ich habe nicht genug. Ich genug genug. Ich habe nicht genug genug. Ich genug genug. Ich habe nicht Gegenüber gebeten. Wieso? Ich bin nicht sicher. Ich habe mich nicht zufrieden. Ich habe mich diesmal spezifisch angemerzt, in ein paar Themen da rein kommen. Aber es ist eigentlich nicht schön. So. Ich sage zu der Synerin. die die so ich weiß nicht, die Leute glaube ich noch ein paar als Killen gehen, das interessiert uns nun nicht wirklich und ja, das war's zum Flammschlund, ich hoffe ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play World of Warcraft, Baba